Punkt Nummer 1, ihr solltet immer auf jedem Bild versuchen, eure Stärken auszuspielen. Das heißt, ihr müsst erstmal eine ordentliche Selbstwahrnehmung haben. Ihr solltet wissen, seid ihr im BMI sehr weit oben im Übergewicht oder eben im Untergewicht? Ist euer Body Fat gut? Habt ihr Stärken? Ist euer Gesicht sehr markant? Oder habt ihr schlechte Zähne oder sonstiges? Oder Haarausfall? Keine Ahnung. Das ist wichtig, dass ihr erstmal eine wirklich schonungslose Bestandsaufnahme macht. Und zwar nicht, indem ihr eure Mami fragt oder irgendwie einen Kumpel, sondern das sollte wirklich im besten Fall natürlich über das Look & Game Maxing von mir passieren. Da habt ihr dann auf jeden Fall hier eine detaillierte Analyse, was an euch gut und was an euch schlecht ist. Wenn ihr wisst, was eure Stärken und was eure Schwächen sind im Aussehen, dann solltet ihr die Bilder genau danach selektieren.